So, da bin ich wieder. Ich habe gedacht, es lag an diesem komischen Gewitter. Diese Geflackere hier. Aber ich brauche mal kurz mein Heft. Ein bisschen Heft. Ach, du sprichst mir der Katze. Der dicke Kater. Sag mal, die fallen ja wie in die Speine. Dankeschön, dich brauche ich jetzt. Der Anhänger wird jetzt sowieso gleich wieder los. Warte, der Anhänger bleibt dran? Das ist ja krass. Ich wollte mich die ganze Zeit auf diesen Flughafen. Aber wenn der Anhänger schon mit dran ist. Wieso kein weiteres Auto? Ich versuche mal hier drauf zu kommen. Was? Drei, vier Sterne? Wo bin ich denn hier drauf gekommen? Ich wollte doch bloß einen Besuch abstatten. Vier Sterne gleich. Ist das ein Militärgelände vielleicht? Ahnungslos natürlich. Ich wüsste es nicht. Ähm. Oh. Natürlich außer Gefecht. Mal gucken. Wo ich jetzt hier lande. Aber mit dem Auto war es auch ein bisschen beschissen. Um ehrlich zu sein. Boah. Weiter weg geht ja nun ja nicht. Was? Wir wissen wie gefährlich ich bin. Die haben mich gleich an eine Ecke raus geworfen. Wo ich weit und breit nichts abbekomme. Ah. Ich bin wieder hier. Gut. Mal nochmal. Du bist ein schöneres Auto. Vielleicht kriege ich die Gewässer hin. Du bist ein schöneres Auto. Vielleicht kriege ich die Gewässer hin. Ach. Naja. Es war wohl ein X. Ein Satz mit X. Ich bin so selbstmörderisch hier. Dankeschön dass du für mich eine hältst. Ich muss mal kurz hier hoch. Und zweiten Versuch starten. So lange ich jetzt bohren bin ich immer hier drauf. So. Und. Stopp. Ich möchte dich bitte noch unbeschädigt haben. Haben sie die Schranke schon hier ratteriert? Was ist denn das hier voll schein? Was ist denn das hier voll schein? Keine Flugzeuge? Wow. Shit. Ich muss weg hier. Tschüss. Finn. Heftig. Ich werde das nicht überleben, natürlich jetzt schon, aber den finde ich cool. Ich werde das nicht überleben, sondern ich werde das nicht überleben, sondern ich werde das nicht überleben. Ich werde das nicht überleben, aber ich werde das nicht überleben. Krass. Hammer. Jetzt kann man sogar eine Maschine klauen. Ich war zum Beispiel noch mal. Die Autobahn haben sich schön wieder aufgeräumt. Nee, dich nehme ich nicht. Nee, du bist mir so schwerfällig. Ich will dich nicht. Du bist mir auch schwerfällig. Ich nehme dich. Na, hältst du mal bitte schön. Oh, was ist denn das hier für ein Auto? Mensch. Was hält der nun ja nicht aus hier? Das sollte er wohl nicht machen. Also, ich hoffe, ich komme mit dem Auto auf die Landebahn. Das ist schwerfällig. Das ist schwerfällig, wie sich das Auto fahren lässt. So. Bremsen. Da bin ich noch nicht lang gefahren. Ich habe mich nicht mehr da. Okay, das ist kein radioaktiv, radio versäuchtes Wasser. Okay, dann gehe ich mal wieder raus hier, hey, wie, du siehst so scheiße aus, wisst ihr nicht. So, und da sieht man hier und schreit oh shit. Dann muss ich doch mal ganz freundlich an der Vordertür klopfen. Die reparieren das aber wirklich in ein Tempo. Also ich weiß, dass ich das mit diesem Auto nicht schaffen werde. Also wenn sie ins total scheiße lenken muss. Zeig doch. In dem Zug ich überfeiert bin. Boah, nee. Wirklich. Nee, 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 nee. Jetzt bin ich schlauer. Dieses Auto werde ich nicht nochmal nehmen. Also damit um die Kurve zu fahren, da hat man das Gefühl, man ist besoffen. Nee. Hey, 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 hey. Okay, um mit denen zu lenken, ist aber auch doof. Ich würde mich schon freuen, wenn ich jetzt ein Auto da öffnen würde. Ja, ne, nee, das war dieses scheiß Auto. Die wissen alle, dass ich da rein will. Und jetzt kommt die alle mit diesem Schrödinger an, ne? Haltet mal schön bitte. Ich möchte mal kurz sehen, wer mich hier nutzen kann. Hm, da ist einer, der mich interessiert. Der könnte was sein. So macht man das, so glaubt man Auto. Man stellt sich vor eine Reihe. Alle halten an. Man hält die Aussicht. Und, ähm. Dann tut man die. Und dann nimmt man sich eins. Na gut, man zieht den Typen natürlich oder die Frau raus. Ah, da sind schnelle Autos. Ach, leck mir doch am Arsch. Schon wieder ist ein Schrottauto erwischt hier. Ich brauch doch bloß ein Auto, um auf das Gelände zu kommen. Mehr verlange ich doch nicht. Jetzt muss ich schon wieder auf die Autobahn. Weil die alle nur noch 15 Autos haben. Könnt ihr alle keine vernünftigen Autos kaufen? Mensch, was soll der Scheiß? Einvermünftige... Warte. Möchtest du wirklich hier? Ja, dich nehm ich. Du siehst gut aus. Nicht nur Frau, sondern nur Auto. Schau mal. Was ist denn das für uns Spinner? Das überfährt er mich einfach. Boah. Also ich muss zu diesen Autos kommen, dann ist alles gut. Das heißt, ich muss mir den Weg jetzt merken. Weil das Auto, was ich habe, ist scheiße. Das ist das Auto. Das ist das – aber ich desse. Na? Eigentlich brauche ich zu den Autos, aber egal. Dieser Bremsweg bei diesem Auto ist echt wahrhaft. Der ist ja köstlich, dieser Bremsweg. Bremsweg. Gibt es hier ein Auto, was schön ist? Ja, hier. So, also wirklich. Die Klauen ging mal schneller, oder? Oh? All those cars. Oya. Oya. Vielen Dank.